Die wichtigste Wahl des Jahres rückt immer näher. Am 4. November wird in den USA gewählt und die Bürger können sich entscheiden zwischen der Demokratin Kamala Harris und dem Republikaner Donald Trump. Elon Musk spricht sogar von der wichtigsten Entscheidung aller Zeiten. Ja, wer wird der nächste Präsident der mächtigsten Nation auf diesem Planeten? Was wird das bedeuten für die Geopolitik, aber natürlich auch für dein Geld, für die Finanzmärkte, für Bitcoin, Gold und so weiter? All das besprechen wir heute in einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Noch nie war die Bevölkerung in den USA so gespalten wie aktuell. Zwischen den Demokraten und den Republikanern. Der Hass ist wirklich greifbar. Deswegen macht auf jeden Fall mehr Liebe, bringt Liebe raus. Wenn ihr wollt, gerne auch in meinem Webshop könnt ihr dieses T-Shirt erwerben. Mit meinem Schlussspruch, die Welt da draußen ist besser, als wir immer glauben. Aber das Attentat auf Donald Trump hat natürlich die Spaltung weiter vorangetrieben. Und diese Bilder, die um die Welt gegangen sind, haben natürlich uns nochmal vor Augen geführt, dass wir in einer historischen Zeitenwende uns befinden, von der ich immer und immer wieder spreche und die ich auch in meinen Büchern explizit beschreibe. Weil diese Zyklen musst du verstehen. Ich kann nur nochmal sagen, wenn du das Buch nicht lesen möchtest, hol dir das Hörbuch. Du musst diese Zyklen zu verstehen, um zu wissen, wohin wir jetzt gehen und wie du dich darauf vorbereiten kannst, mental, aber auch monetär. Spannend ist natürlich, dass das Attentat auf Donald Trump vom 13. Juli überhaupt kein Thema mehr in den Medien ist. Ich meine, überlegt euch mal, wir hätten so einen Attentat gesehen auf Olaf Scholz oder auf Joe Biden. Ich meine, wir hätten wahrscheinlich eine Woche lang jeden Abend einen ARD-Brennpunkt gehabt, um genau zu erläutern, was da vorgefallen ist. Und genau deswegen verlieren ja immer mehr Menschen das Vertrauen in die Medien, weil sie einfach merken, es wird ja einseitig berichtet und man hat schon eine vorgefertigte Meinung. Und Trump ist halt der Böse, ist der Nazi, ist der ausgemachte Teufel. Und deswegen wird er natürlich eher als negativ gesehen. Und vor allem, es war ja nicht der einzige Versuch. Am 5. September gab es ja einen erneuten Attentatsversuch auf Donald Trump. Hierbei wurde ein Verdächtiger festgenommen. Und auch darüber hört man jetzt eigentlich nichts mehr. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass es noch weitere Attentatsversuche auf Donald Trump gibt. Warum? Weil die Gesellschaft so gespalten ist, so voller Hass ist wie noch nie zuvor. Und natürlich hat auch Trump dazu beigetragen. Er ist nicht gerade versöhnlich und ich finde seine Wahlkampfauftritte auch nicht immer wirklich brillant. Und schon das erste Attentat hat ja einige Fragen verursacht. Ich habe dazu auch ein paar Videos gemacht. Das eine findet ihr hier oben oder natürlich auch in den Shownotes. Und man kann nur sagen, bei mir glüht nach wie vor deswegen natürlich auch der Aluhut. Weil die Frage ist natürlich, wer steckt dahinter? War es tatsächlich der Schütze, den man damals ausgeschaltet hatte? Hat es mehrere Schützen gegeben? Alles relevante Fragen. Und für alle, die es interessiert, den kann ich auf jeden Fall ein Interview mit Tom Longo empfehlen. Ist zwar auf Englisch, aber für alle, die der Sprache mächtig sind, kann ich das Video auf jeden Fall jedem ans Herz legen, weil da viele interessante Informationen drin sind. Den Link packe ich dir natürlich auch wie immer in die Shownotes. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Wir wollen uns anschauen, wofür die beiden Kandidaten Trump und Harris überhaupt eigentlich inhaltlich stehen, wenn es es überhaupt gibt. Und was das für uns, was das für dich und deine Finanzen bedeutet. Und kleiner Spoiler, ich glaube, Harris wäre ein Disaster. Aber schauen wir uns erstmal an, ausnahmsweise mit dem Mann, bevor wir zu Harris übergehen, starten wir mit Donald Trump, dem Mann mit den orangenen Haaren, wo wir schon auch fast beim Thema wären, die orangene Pille, der orangene Coin, der Bitcoin. Nämlich für alle Bitcoin-Besitzer wäre die Wahl von Donald Trump positiv. Ja, er hat sie nämlich ganz klar pro Bitcoin und pro Kryptowährungen positioniert und geäußert. Besonders deutlich wurde das bei der Bitcoin-Konferenz in Nashville. Schauen wir nochmal kurz rein. This afternoon, I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto-capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world. Crypto is going to define the future. I want to be mined, minted and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, is going to the moon, I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen. I pledge to the Bitcoin-Community that the day I take the oath of office, Joe Biden and Kamala Harris' anti-crypto-crusade will be over. It will end. It'll be done. On day one, I will fire Gary Gensler and appoint a new SEC chairman. Ob Trump das alles wirklich eins zu eins so umsetzen kann, was er hier angekündigt hat, bleibt abzuwarten. Aber generell ist Trump schon deutlich Bitcoin-freundlicher eingestellt als seine Kontrahentin Kamala Harris. Allgemein gibt es unter den Demokraten mehr negative, kritische Stimmen zu Kryptowährungen und Bitcoin, weil sie es als große Bedrohung ansehen. Was ja völlig richtig ist, weil Bitcoin ist ja in die Welt gekommen, um den jetzigen Fiat-Geldwährungen ein Paradebeispiel zu sein, wie ein dezentrales, deflationäres Geldsystem, das den Menschen wirklich dient und demokratisch ist, besser dient als das inflationäre und immer wieder scheidernde Papiergeldsystem. Und natürlich das bekannteste Beispiel bei den Demokraten, die Anti-Bitcoin ist, ist natürlich die uralte, steinalte US-Senatorin Elizabeth Warren, die schon seit langem als erbittete Gegnerin von Krypto und natürlich Bitcoin gilt. Schauen wir auf das nächste Thema, was in den USA im Gegensatz zu Deutschland einen hohen Stellenwert hat, nämlich die Abtreibung. Hier wird Trump gerne als Hardliner von den Medien portriert. Dabei hat er, wie ich finde, einen sehr vernünftigen und ausgewogenen Ansatz. Er will kein generelles Abtreibungsverbot, sondern er sagt, dass jeder Bundesstaat selbst entscheiden soll, was zu tun ist. Also besser geht's eigentlich nicht. Ich finde sogar, jede Frau sollte selbst entscheiden, was sie mit ihrem Körper, mit ihrer Schwangerschaft machen möchte. Weil genauso sollte es doch sein. Es sollte dezentrale Entscheidungen geben. Großer und viel diskutierter Punkt seiner Kampagne ist der Kampf gegen den sogenannten Deep State, eine Art Schattenstaat, der im Hintergrund die Feten zieht. Und das ist keine Verschwörungstheorie, Denn in den letzten Jahrzehnten hat sich, egal unter welcher Administration, also egal ob Demokraten oder Republikaner, ein Bürokratiemonster und Beamtenfilz entwickelt. Und nicht ohne Grund hat der damalige ausscheidende Präsident der USA, Eisenhower, gewarnt vor dem industriellen militärischen Komplex, der die Macht übernimmt. Und so ist es ja auch. Wir sehen ja, dass egal welche Partei an der Macht ist, Kriege kommen und gehen und immer mit Lügen natürlich unterfüttert. Also der Kuwait-Krieg, da hatten wir die Brutkastenlüge. Der zweite Irak-Krieg, da hatten wir die Lüge der Massenvernichtungswaffen. Dann hatten wir den Umsturz zum Beispiel in der Ukraine 2014, finanziert durch Victoria Newland. Ich sage nur, fuck die EU und 5 Milliarden Dollar. Wir hatten den Jugoslawien-Krieg, wir hatten die Bombardierung von Libyen, von Syrien und so weiter und so fort. Und natürlich das berühmte Zitat von dem ehemaligen General der USA, Wesley Clark. Sechs davon sind schon abgehakt, das letzte wäre der Iran. Auch hierzu habe ich ein spannendes Video gemacht, unbedingt sehenswert. Das sind hier oben, da geht es natürlich um den Krieg im nahen Mittleren Osten. Und die Austrocknung dieses Sumpfes zwischen Bürokraten, Lobbyisten, Firmen und dem ganzen Bürokratenstatus, den hat er sich auf die Fahne geschrieben. Dazu hat er auch letztes Jahr ein Statement veröffentlicht. Schauen wir uns kurz hier die wichtigsten Punkte an. Trump will also als allererstes abtrünnige Bürokraten aus dem Apparat entfernen und entlassen. In anderen Worten, Trump will klar Schiff machen, Tabula Rasa in Washington machen, so wie Millay in Argentinien. Und siehe da, Argentinien gibt es immer noch. Hier kommt schon Elon Musk ins Spiel. Der soll ja ebenfalls den Staat gesund schrumpfen, so wie er es bei Twitter gemacht hat. Oder bei X. Wenn mir bei X noch nicht folgt, bitte folgt mir wie 130.000 andere. Einfach unter X gehen und dann add markfriedrich7. Es gibt nur ein, alle anderen sind natürlich Shitcoins und Scams. Ich würde mich freuen, wenn wir uns aufs X wieder sehen und wenn du mir folgst. Und damit hat natürlich Trump viele interne Feinde. Da kommt auch wieder das Attentat vielleicht ins Spiel. Vielleicht war das der Grund, warum der Secret Service nicht wirklich mit den Top-Leuten ausgestattet war, sondern warum es überhaupt so weit gekommen ist. Aber, das heißt, er kämpft praktisch an zwei Fronten. An drei Fronten eigentlich. Erstens gegen die Medien, die alle gegen ihn sind. Zweitens natürlich gegen Kamala Harris und die Demokraten und Milliardenpakete. Und drittens, tja, gegen die eigenen Bürokraten, die Angst um ihren sicheren Job haben. Sollte Trump gewinnen und sollte sich dann seine Entlassungswelle positiv auswirken, so wäre das Ganze auch für Deutschland und andere Länder sicherlich interessant und würde generell natürlich auch dem Staat in den USA guttun. Und noch eine ganz spannende und interessante Sache, die Trump in seinem Statement angekündigt hat, die ich dir natürlich mitteilen möchte. Schauen wir kurz rein. Also, ich übersetze mal kurz. Trump möchte ein Komitee einrichten, die klassifizierte Dokumente veröffentlichen sollen bezüglich Zensur, Korruption und Spionage. Also komplette Transparenz und Aufklärung. Mein Gott, das würde ich mir auch wünschen für Deutschland. Du auch? Schreib es mal unten in die Kommentare. Und wenn du zum ersten Mal hier bist, freue ich mich natürlich, wenn du ein Abo dalässt, wenn du die Glocke aktivierst und wenn du dieses Video kräftig teilst und kommentierst. Weil jeder einzelne Daumen nach oben hilft dem Algorithmus und hilft mir natürlich weiter. Wir haben jetzt schon 500.000 Abonnenten, aber mein erklärtes Ziel sind eine Million. Und wenn es geht, im Lauf des nächsten Jahres. Und sei du bitte Teil dieser Entwicklung, dieser Bewegung. Ich würde nur sagen, muchas gracias, mein Herz geht raus an dich. Und alle anderen Abonnenten, macht genau das Gleiche und empfehlt mich weiter. Und Donald Trump möchte zum Beispiel die unter Verschluss gehaltenen Dokumente zur Ermordung von JF Kennedy deklassifizieren. Das heißt praktisch, wir würden endlich herausfinden, ob es ein Inside-Shop war oder ob es tatsächlich die magische Kugel bis siebenmal die Richtung wechselt. What? Und deswegen darf man sich nicht wundern, dass er sich da hochrangige Feinde intern macht, nicht nur beim FBI, bei der NSA, sondern auch bei der anderen drei Buchstabeninstitution, und zwar bei der CIA. Weil die hat da wahrscheinlich ihre Finger mit drin im Spiel gehabt. Auch in der Außenpolitik geht Donald andere Wege und hat der NATO und der militärischen Unterstützung Europas den Kampf angesagt. So hat es bereits Drohungen von ihm gegeben, dass er sich aus der NATO zurückziehen würde, wenn die Europäer nicht ihren Teil an den Verteidigungsausgaben stemmen würden. Und den Krieg in der Ukraine würde er übrigens innerhalb von 24 Stunden beenden. So seine eigene Aussage. Erst vor kurzem hat er Selenskyj den ukrainischen Präsidenten in New York getroffen und genau das gesagt. Bei dem Treffen sagt Trump, wie gut seine Beziehung zu Putin eigentlich ist. Selenskyj wirkt verunsichert, krätscht dazwischen und meint, dass ihre aber besser sei. Ja, also fishing for compliments, völlig verzweifelt. Daraufhin lacht Trump und sagt, I understand and it takes two to tango. Also er sagt, das verstehe ich, aber es braucht immer zwei zum Tango-Tanzen. Und erklärt dann, dass der Krieg ruckzuck beendet werden würde, wenn er gewinnen wird. Hier der Ausschnitt. Wie findest du das Reinkrätschen von Selenskyj? Findest du das irgendwie souverän oder findest du, er wirkt eher unsicher? Der war lustige Randnotiz. Deutsche Medien behaupteten hier nämlich tatsächlich, Selenskyj sei hier schlagfertig, selbstbewusst dazwischen gekrätscht. Ich sehe da eher ja absolute Unsicherheit. Aber die wichtigste Frage, die ich mir hier tatsächlich stelle, kann es wirklich so einfach sein? Kann Donald Trump tatsächlich 24 Stunden nach seiner Wahl den Krieg beenden? Also kann er das wirklich? Was denkst du darüber? Weil das war dann wirklich die Bankrotterklärung eigentlich der Biden-Administration, aber auch allen anderen westlichen Nationen, die Diplomatie ja überhaupt nicht mehr in Betrachtung gezogen haben, sondern nur noch Waffen, Waffen, Waffen. Zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Interessen fokussiert sich Donald Trump auf das eigene Land und die eigene Wirtschaftsleistung. Also America first, make America great again. Macht komplett Sinn. Sollte Deutschland auch mal machen, statt irgendwie sich selbst zu deindustrialisieren. Grüße gehen raus an unseren Rechenkünstler Robert Habeck. So sollen Importzölle erhöht und Unternehmen dazu angehalten werden, in den USA statt global zu produzieren. Also er will die Industrie nach Hause kommen, was natürlich mehr Wertschöpfung bedeuten würde, weniger Arbeitslose, mehr Steuereinnahmen und mehr Wohlstand. Mit einem weiteren Schachzug hat Donald Trump überrascht, und zwar die Kooperation mit Robert Kennedy, einem Corona-Kritiker, der America wieder gesund machen möchte, also make America healthy again. Und der Demokrat Kennedy hat sich jetzt für Donald Trump ausgesprochen. Kommen wir zu Trumps politischer Herausforderung, nämlich Kamala Harris, die nach dem Ausscheiden von dem dementen Joe Biden von der Ersatzbank genommen wurde. Und vorher war sie die unbeliebteste Vizepräsidentin, die nichts gebacken bekommen hat. Und auf einmal ist sie die glorreiche, scheinende Hoffnung der Amerikaner, die anscheinend ein Tausendsasser ist. Und ich möchte nochmal erwähnen, was sie jetzt alles machen möchte, klingt ganz famos, aber was hat sie eigentlich dreieinhalb Jahre in ihrem Job gemacht? Na gut, Kamala Harris tritt zusammen mit dem aktuellen Gouverneur des US-Bundesstaates von Minnesota, Tim Walz, an. Ja, wir wissen ja, dass Harris sich vor jedem Interview eigentlich scheut. Während Trump stundenlange Podcast-Interviews gibt, ist sie eigentlich kaum zu sehen, beziehungsweise gibt kaum Interviews. Die Frage, die sich da natürlich stellt, ist das bewusst so gemacht, weil man Angst hat, dass sie eine Loose Cannon ist, weil man fürchtet, was sie sagt, beziehungsweise nichts sagt, oder will man sie vor kritischen Fragen schützen? Angeblich soll sie sogar beim letzten TV-Duell zwischen Trump und ihr vorher die Fragen zugeschickt bekommen haben. Ganz so fair klingt das nicht, aber dass die Medien ihr natürlich wohlgesonder sind als Trump, ist ja allen klar. Im Gegensatz zu Trump spricht sich Kamala Harris für ein schärferes Waffenrecht aus. Als potenziell erste schwarze Präsidentin der Vereinigten Staaten liegt ihr ebenfalls die Gleichberechtigung der Frau und der Kampf für Frauenrechte am Herzen. Die Regierung und Donald Trump sollten nicht einer Frau sagen, was mit ihrem Körper zu tun. Wobei, sie ist nicht wirklich schwarz, sie ist ja eigentlich indischer Abstimmung. Also, ja, mal ist sie so, mal ist sie so. Sie ändert auch immer wieder mal ihren Akzent. Wenn sie im Süden der Staaten ist, klingt das eher nach Südstaatendialekt und wenn sie irgendwo anders ist, dann wieder anders. Also, sie passt sich an, sie ist auf jeden Fall eine talentierte Schauspielerin. Und wie ich denke, wahrscheinlich genauso eine Marionette wie Joe Biden. Sie ist eine klare Verfechterin des Rechts auf Abtreibung und setzt sich vehement dafür ein, die reproduktive Rechte von Frauen zu schützen. Sie kritisiert bis heute die Entscheidung des obersten Gerichtshofs, Roe vs. Wade, aufzuheben und lehnt nationale Abtreibungsverbote strikt ab. Harry setzt sich dafür ein, den Zugang zu sicheren und legalen Abtreibungen wiederherzustellen und spricht sich dafür aus, das Recht auf Abtreibung bundesweit per Gesetz zu verankern. Sie argumentiert, dass die Regierung Frauen nicht vorschreiben sollte, was sie mit ihrem eigenen Körper tun dürfen und kämpft gegen Abtreibungsbeschränkungen, die Frauen medizinische Hilfe verwehren. Außenpolitisch bleibt sie dem bisherigen Kurs der USA natürlich treu und spricht sich für die NATO und eine gemeinsame internationale Zusammenarbeit aus. In der Außenpolitik dürfte sie wahrscheinlich den Fokus auf China legen. Warum? Weil die USA abhängig sind von den Rohstoffen der Chinesen. Ja, weil die Demokraten möchten natürlich die grüne Revolution und deswegen brauchen sie ganz dringend Zugang zu den seltenen Erden, die in China schlummern. Am Kriegsgeschehen wird sich voraussichtlich nicht viel ändern. Warum? Weil sie den Kurs von Joe Biden weiter verfolgen wird. Das heißt, mehr Waffenlieferungen und mehr Tod. Denn, hier kommt der Diebse wieder ins Spiel, die Bürokraten im Hintergrund werden unter Harris die gleichen sein wie die unter Biden oder unter Trump oder unter Obama und so weiter und so fort. Also massenhafte Entlassungen, wie sie unter Trump drohen, wären hier absolut unwahrscheinlich. Und da es bei mir ja vor allem um finanzielle Intelligenz geht, schauen wir mal gemeinsam an, was denn ein Sieg von Harris oder Trump für die Wirtschaft in den USA, aber auch für die Finanzmärkte und dein Geld bedeuten könnten. Wirtschaftlich zeichnen die beiden ein sehr unterschiedliches Bild ab. Donald Trump macht die Demokraten für die Inflation und den abkühlenden Arbeitsmarkt verantwortlich. Harris hingegen sieht ein starkes Amerika, das optimistischen Zeiten entgegengeht. Sie bestärkt die guten Wirtschaftsdaten und die historisch niedrige Arbeitslosigkeit sowie den Erfolg einer weichen Wirtschaftslandung. Also das Softlanding. Sie sieht nämlich keine Rezession. Ob wir die am Ende tatsächlich bekommen, steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das findest du hier. Im Moment sieht es nämlich gar nicht so schlecht aus, vor allem nach den letzten Arbeitsmarktdaten. Vor allem die FED um Jerome Powell hat hier die Zügel in der Hand und wird voraussichtlich nach Möglichkeiten die Demokraten so stark und so gut unterstützen, wie es nur möglich ist. So wurde erst vor kurzem der Leitzins um 50 Basispunkte gesenkt und das, obwohl die Wirtschaft weiterhin brummt. Inwieweit ein doppelter Zinsschritt, also die stärkende Wirtschaft widerspiegelt, sei dahingestellt. Sieht die FED schon Zeichen, die wir noch nicht sehen dürfen? Harris' Wirtschaftspolitik bezeichnet sie selbst als Opportunity Economy. Eine Wirtschaft der Chancen und vor allem eine Politik für die Mittelschicht. Wer glaubt, wird selig. Aber jetzt schon wieder die Zinsen zu senken, wird natürlich eine zweite Inflationswelle auslösen und das wird natürlich dann den Amerikanern noch mehr Probleme bereiten. Insgesamt möchte Harris die Initiativen des amtierenden Präsidenten Biden fortsetzen und die Investitionen in Infrastruktur, Bildung und natürlich grüne Energie fortsetzen. In anderen Worten, massiver fiskalischer Stimulus für die Wirtschaft. Immer mehr Planwirtschaft, immer mehr Sozialismus. Und dabei ist die US-Staatsverschuldung schon auf einem Rekordniveau, beinahe bei 36 Billionen Dollar. Und das Defizit wird immer größer. Ja, so ist es. Das heißt, unter einer Präsidentin Harris können wir uns auf jeden Fall auf weitere gigantische Geldpakete einstellen, die im Endeffekt wieder die Inflation anheizen werden. Übrigens, das erwarte ich auch bei Trump. Profitieren werden hier natürlich auf jeden Fall die Aktien im Bereich der erneuerbaren Energien wie Windkraft, Solar, aber auch die Hersteller von Elektromobilen. Aber generell, wenn natürlich die Zinsen gesenkt werden und ein Geldzunahme in die Märkte kommt, wird alles erstmal nach oben geschwemmt werden. Dazu gleich mehr. Große Unterschiede gibt es bei den steuerlichen Plänen. Ich habe mir mal die Mühe für dich gemacht und dir die wichtigsten Punkte aus beiden Programmen zusammengetragen und übersetzt. Harris will die Kapitalertragssteuer auf 28 Prozent erhöhen. Aktuell sind es 20 Prozent. Die Körperschaftssteuer ebenfalls auf 28 Prozent erhöhen. Aktuell sind es 21 Prozent. Und sie will die Einführung eines Steuerfreibetrags von 50.000 Dollar für neue kleine Unternehmen einführen. Zudem möchte sie 25.000 Dollar Steuerkredit für Ersterwerber von Immobilien, die Erhöhung des Kinderfreibetrags auf 6.000 Dollar für Neugeborene und Steuersenkungen für Einkommen unter 400.000 Dollar. Und um die Stimmen des Niedriglohnsektors zu gewinnen, möchte sie die Abschaffung der Steuern auf Trinkgelder. Donald Trumps Steuerpläne sehen Folgendes vor. Die Körperschaftssteuer soll auf 15 Prozent für in den USA produzierende Unternehmen gesenkt werden. Wow, 15 Prozent. Das ist die Hälfte von uns. Er will eine Einführung von Zöllen. Bis zu 20 Prozent auf alle Importe und 60 Prozent auf Importe aus China. So ein Rassist. Außerdem plant er eine Verlängerung der Steuersenkungen von 2017 auch für Topverdiener. Zusätzlich forderte er eine Abschaffung der Steuern auf Sozialversicherungsleistungen, was vor allem natürlich den Älteren, den Rentnern zugutekommen würde. Und ebenfalls wie Harris möchte er die Steuern auf Trinkgelder komplett abschaffen. Ein Wahlsieg von Kamala Harris wird in wirtschaftlicher Hinsicht einen Ruck in Richtung mehr Staatsangriffe, mehr Sozialismus, mehr Planwirtschaft bedeuten. Harris hatte sogar vor einiger Zeit Preiskontrollen befürwortet beziehungsweise den Vorschlag in den Ring geworfen. Ja, du hörst richtig. Damit wollte sie gegen Wucher bei Lebensmitteln vorgehen. Selbst Medien wie CNN oder die Washington Post, die eigentlich Stramme und Stützer der Demokraten und Harris sind, konnten der Idee nichts Gutes abgewinnen. Und es ist auch bisher immer gescheitert. Besonders lustig fand ich den Titel der Washington Post. Ich übersetze mal. Wenn dein Gegner dich als Kommunist bezeichnet, solltest du vielleicht keine Preiskontrollen vorschlagen. Also sagen wir es mal so, Harris scheint von Wirtschaft genauso viel Ahnung zu haben wie der Märchenbuchautor und jetzige Märchenerzähler Robert Habeck. Heiei, ist das schon Staat die Legitierung, wenn ich das sage? Egal. Nochmal, wir reden hier von Preiskontrollen. Das ist direkt aus der kommunistischen Mottenkiste. What the fuck? Apropos, ein Spruch, der von Harris immer und immer wieder wiederholt wird, ist I can imagine what can be and be unburdened by what has been. You know? What can be unburdened by what has been? 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 Unburdened by what has been. Was meinst du damit? Hier mal eine mögliche Erklärung. Wow, krass. Und ich kann sogar noch einen draufsetzen, denn ihr Vater, Don Harris, scheint ein marxistischer Professor gewesen zu sein, der an der Stanford University gelehrt hat. Die Stanford Daily berichtete 1975, dass die Ernennung von Harris das Ergebnis einer sechsmonatigen weltweiten Suche nach dem qualifiziertesten marxistischen Professor war. Kein Spaß. Und wie wir ja wissen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm oder halt der Hoden fällt nicht weit vom Stamm. Aber ich will mal nicht so sein. Auch Menschen können sich ändern. Ich habe auch nicht mehr die Ansichten, die ich mal vor 20 Jahren gehabt habe. Ich glaube, so fair müssen wir immer sein. Man muss dem anderen auch einräumen können, sich weiterzuentwickeln. Trotzdem hat das Ganze schon einen faden Beigeschmack. Was würde denn jetzt die Wahl von Harris oder Trump für die Märkte bedeuten? Also für Gold, Aktien, Anleihen, Dollar, Bitcoin und so weiter, damit du dich optimal positionieren kannst. Trump plant, wie gesagt, eine drastische Senkung der Unternehmenssteuern von 21% auf 15%. Insbesondere für Unternehmen, die in den USA produzieren. Und dies könnte kurzfristig positiv für Unternehmensgewinne natürlich sein und damit auch die Aktienmärkte deutlich beeinflussen. Insbesondere Sektoren wie Industrie, Fertigung und Technologie. Bei einem Sieg von Trump sollte man definitiv US-Aktien übergewichten. Die Aktienmärkte würden also positiv reagieren. Auch bezüglich den fossilen Energieträgern ist Trump ja positiv gestimmt. Das heißt, er möchte mehr Öl fördern, er möchte Kohle mehr fördern und er möchte auch mehr Atomkraftwerke bauen. Also Gas, Kohle, Öl, aber auch Uran-Aktien werden interessant. Apropos Uran-Aktien. Wir haben uns jetzt im Friedrich-Report, meinem Investmentbrief, den Uran-Markt mal genauer angeschaut und auch die aussichtsreichsten und besten Uran-Aktien gefunden. Wir haben vor kurzem erst eine Lithium-Aktie verkauft mit einem Gewinn von 65,3%. Generell ist das Depot zweistellig im Plus und wir haben auch schon die ersten Verdoppler. Also schau mal rein. Das Ganze gibt es für weniger als 1 Euro am Tag. Du kannst jederzeit kündigen, wenn du nicht zufrieden bist, aber Tausende von Kunden sind zufrieden und machen richtig Cash damit. Also Friedrich.Report. Anders würde das bei den Anleihen aussehen, denn weniger Steuern bedeutet natürlich erstmal steigende Haushaltsdefizite, bedingt durch niedrigere Steuereinnahmen. Bei einem Heresy wäre ich also vorsichtig, was Aktien angeht. Hier könnte aber vor allem der Sektor erneuerbare Energien und Cannabis steigen. Trump hat angedeutet, er wolle Zölle stark anheben, vor allem für Importe aus China. Und diese protektionistischen Maßnahmen könnten zwar kurzfristig die inländische Produktion führen, aber zu höheren Verbraucherpreisen natürlich führen und eine steigende Inflation auslösen. Eins haben beide Kandidaten gemeinsam und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall einstellen. Beide werden mehr Geld drucken. Ich meine, schaut euch die Schuldenstände an in den USA. Wir sind hier mittlerweile bei über 35 Billionen US-Dollar angekommen. Und die USA müssen mittlerweile mehr für ihre Zinsen ausgeben als für das eigene Militär. Wir sind im Endspiel unseres Geldsystems. Und wenn du verstehen möchtest, wie das Geldsystem überhaupt funktioniert und warum unser Geldsystem immer wieder scheitert und Geld verreckt, dann möchte ich nochmals meinen siebten Bestseller ans Herz legen. Die größte Revolution aller Zeiten. Danach bist du wirklich mental darauf vorbereitet, wohin die Reise geht und auch monetär. Und denk daran, Henry Ford hat gesagt, würden die Menschen unser Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution vormorgen früh. Und ich hoffe, dass mein Buch dir dabei hilft, das zu erkennen. Und da die Schulden so gigantisch sind, müssen sie früher oder später monetarisiert werden. Und das bedeutet vor allem eins, nämlich mehr Geld drucken und niedrige Zinsen bei gleichzeitig höherer Inflation. Das heißt, wir alle werden enteignet. Uns wird Kaufkraft gestohlen. Denn Lebenszeit, die wir in Geld gespeichert haben, wird uns genommen. Und dagegen musst du was tun. Und das bedeutet auch mittelfristig ein schwächerer Dollar. Trumps Strategen haben bereits Pläne für einen schwächeren Dollar vorgestellt. Weil ein schwächer Dollar ist natürlich positiv für die Exportwirtschaft. Und die insgesamt unsichere Finanzpolitik der Weltleitwährung US-Dollar hat auf globaler Ebene starke Auswirkungen. Und davon profitiert natürlich vor allem ein Asset, nämlich Gold. Genau. Mein Top-5-Investment für 2024, welches schon über 30% im Plus ist. Gold steigt natürlich immer in unsicheren Zeiten wie diesen, am Ende eines Geldzyklus. Aber natürlich auch, weil die Notenbanken weltweit massiv zukaufen. Ich meine, schaut euch diesen Chart an. Und was bedeutet das für dich? Du brauchst Assets, du brauchst Investmentanlagen, die von einer Entwertung des US-Dollars profitieren. Und das sind vor allem Gold als auch sein kleiner digitaler Bruder Bitcoin. Und das wären auf jeden Fall meine zwei Top-Wetten, die ich für die nächsten vier Jahre im Portfolio haben will. Egal, wer Präsident wird. Denn eins musst dir bewusst sein. Schau dir mal das jetzige Haushaltsdefizit in den USA an. Das ist größer als der Grand Canyon. Und die Wirtschaft wurde massiv stimuliert, wie ein Drogenabhängiger. Und stell dir mal die Frage, wie das sein wird, wenn wir tatsächlich jetzt in eine Wirtschaftskrise reinrutschen sollten, in eine Rezession. Die Notenbänker werden Geld drucken, als ob es kein Morgen gibt. Und eins kann ich dir versprechen. Dann ist es völlig egal, ob Harris, Trump oder irgendjemand ganz anderes im Oval Office sitzt. Und parallel haben wir noch die voranschreitende Deglobalisierung, das Ende des Hegemons USA und eine multipolare Welt. Und damit immer mehr Krisenhärte auf der Erde. Ich bin immer noch skeptisch, ob Trump hier wirklich sofort für Ruhe sorgen kann. Unter Harris stehen hier die Karten meiner Meinung nach noch schlechter, weil Demokraten die Kriegstreiber im Nacken haben. Und davon profitiert vor allem Gold. Deswegen habe ich ja auch Kurszille von 2.800 Dollar dieses Jahr und nächstes Jahr mindestens 3.000 Dollar die Feinunze ausgestellt. Wie du es sicherlich im Zwischenton gehört hast, ist mein Favorit eher Trump. Und das zeigen auch die Wettmärkte. Wenn du bei Polymarket reingehst, siehst du, Trump liegt vorne mit 53% gegenüber Harris. Kleiner Tipp an dieser Stelle. Schaut bei den Prognosenumfragen am besten immer auf die Wettmärkte, denn da steckt das Geld drin. Die sind genauer, weil hier tatsächlich Geld eingesetzt wird, also man hat Skin in the Game. Und eins kann man jetzt schon auf jeden Fall festhalten. Trump hat wesentlich mehr Unterstützer als noch 2016. Selbst viele Silicon-Valley-Investoren, die ja normalerweise eher links, liberal oder woke sind, haben mittlerweile die Seiten gewechselt und stützen Trump. Here we go. Hi everybody. Hello Mr. President. Anytime I love that house he has, I love Davids house. What a house that made the biggest impression, huh? Thank you so much. Auch sein Fitze, J.D. Vance, kommt aus der Kaderschmiede von Tech-Investor und Facebook-Geldgeber Peter Thiel. Auch Elon Musk ist mittlerweile ein glühender Unterstützer von Trump. Ich meine, hey, der springt hier rum, als ob er gerade die Tombola im Kindergarten gewonnen hätte. His name is Elon Musk. He saved free speech. He created so many different great things. Where is he? Come on up here, Elon. He created the first major American car company in generations and his rocket company is the only reason we can now send American astronauts into space. Come here. Take over, Elon, just take over. Und eins ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Rund um die Wahl wird es an den Börsen volatil bleiben. Also es wird eine Achterbahnfahrt werden. Stellt euch auf beide Szenarien ein. Ich würde auf jeden Fall nicht voll investiert in die Wahl gehen am 4. November 2024. Baut euch Cash auf und habt einen Plan. Wenn es zu Rücksetzern kommt, müsst ihr antizyklisch einsteigen. Und nach wie vor steht mein Szenario, dass wir erstmal steigende Märkte weiterhin haben bis ins erste, zweite Quartal 2025, dann eine Korrektur wegen der Rezession und dann nochmal richtig ein Melt-up bis 26 zu neuen Allzeithochs. Wer aber konkret Hilfe braucht, kann gerne, wie gesagt, entweder in meinen Investmentbrief friedrich.report schauen. Hier geben wir dir konkrete Aktientipps rund um Bitcoin, Rohstoffe, Gold und Co. Oder gerne auch in die Honorarberatung kommen unter friedrich-partner.de. Hier bauen wir maßgeschneiderte Strategien zur Vermögenssicherung für die Kunden seit über 17 Jahren. Vor kurzem habe ich vor 800 Menschen bei einem Vortrag gesprochen und dort wurde ich gefragt, Herr Friedrich, wieso gehen Sie nicht in die Politik? Wir brauchen doch charismatische Führer. Und ich habe ganz klar gesagt, ich fühle mich von keiner Partei vertreten. Und ich sehe auch nicht in dieser Parteienlandschaft die Lösung. Es ist tatsächlich so, dass die Parteien und die Politik nicht die Lösung ist. Sie ist in der Zwischenzeit das Problem. Aber natürlich wäre ich dabei, wenn wir friedlich sozusagen für eine Veränderung auf die Straßen gehen würden, damit wir auch Neumahlen bekommen. Übrigens, wenn ihr mich auch als Redner buchen möchtet für euer Unternehmen, dann schaut mal rein unter mark-friedrich.de. Momentan sieht es danach aus und ist glaube ich auch persönlich, dass Trump gewinnen wird. Aber wir haben ja gesehen in den letzten Wochen und Monaten, wie volatil, wie schnelllebig die Zeit ist. Das kann sich so schnell verändern. Im Endeffekt ist jedoch eins klar, egal wer Präsident wird, die monetäre Richtung ist eingeschlagen und Geld regiert die Welt, follow the money, völlig egal wer da im weißen Haus sitzt. Die Schulden werden monetarisiert werden. Das heißt, dir wird Kaufkraft gestohlen und die Inflation wird deswegen wiederkommen. Und darauf musst du dich vorbereiten. In diesem Sinne, falls das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da, gib einen Kommentar ab, teile das Video so kräftig du kannst und denk immer daran, wegen Gold und vor allem Bitcoin, die dich vor einem übergriffigen sozialistischen Staat schützen und natürlich wegen der Menschlichkeit und der Liebe, ist die Welt da draußen und wird die Welt da draußen immer besser, als wir glauben. Herzlichst, euer Marc. Und da ist das Video so kräftig du kannst. Vielen Dank.